Was ist denn los, Gott sei Dank. Was ist denn los? Ihr Vater hat einen Unfaden. Es war ein Drive. Ein Drive, der vom 8. Tee abgesagt worden ist. Was ist mit ihm? Wie schlimm ist das, Mann? Er ist tot. Er ist tot. Der hat Ihnen einen Einschreibebrief geschickt. Heute. Das ist der Schein. Deshalb muss die Erfante sterben. Das ist ja das Halsband. Bleiben Sie stehen. Okay, Julie, okay. Geben Sie mir den Pass. Es geht um der Schein. Ich sage, ich gehe. Der Schein. Der Schein ist gerade. Ich sage, ich gehe. Ich gehe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.